Willkommen hier zur nächsten Partie Leipzig gegen Union Berlin. Zwei sehr unterschiedliche Vereine, die aktuell aber eine richtig, richtig gute Runde spielen und hier von EA auch mit Feinden nach oben belohnt wurden. Ansgar ist an der Pfeife und ihr könnt gerne mal tippen, schreibt in die Kommentarbox, was glaubt ihr denn, wie endet das FIFA-Match und die reale Partie? Momentan ist dieser 17. Bundesliga-Spieltag wirklich sehr hart umkämpft. Und wenn Mucke jetzt auch noch Leipzig hat, dann könnte das jetzt vielleicht auch den ersten Sieg bringen. Chancen gab es in einigen Partien schon, hier drei Punkte einzufahren. Zuletzt mit Köln. Dort hat der Mucke deutlich mehr Möglichkeiten. Ich konnte aber mit Schalke in Unentschieden noch retten. Mal schauen. Hier könnt ihr gerne tippen und dann gucken wir, wie diese 90 Minuten hier werden. Abseits. Oh, zu doll. Die ist weg. Hm. Ah. Oh, zu doll. 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 Könnte die erste gelbe Karte für mich geben. Oh, da musst du noch weiterlaufen. Jetzt, nächster Versuch. Und Kulashi mit einer Glanzparade. Erste, richtig starke Aktion. Ja. Gute Freistoßmöglichkeit. Gute Freistoßmöglichkeit. Gute Freistoßmöglichkeit. Gute Freistoßmöglichkeit. Gute Freistoßmöglichkeit. Ja, ungl2020. Ja, viel club. Scheiße. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Mein Pad spinnt rum. Scheiße. Und nicht jetzt. Jetzt geht's wieder. Und jetzt geht's wieder. Nächste Chance. Nächste Chance. Gut, lass ich hält. Ah, das war schlicht. Oh Mann. Und dann wechselt der hier umher. So ein Scheiß. Okay. Okay. Mein Pad spinnt, oh ist das ein Scheiß hier. Weiter geht's, ich hoffe mein Pad funktioniert jetzt wieder komplett. Ja, das erste Mal seit langem, dass ich hier in der Halbzeit wechsle und auch taktisch umstelle, denn nicht nur das Pad war kacke, auch unsere Leistung war insgesamt zu schlecht. Oh, Endo mit der Riesenschance, das muss der Ausgleich sein, aber darauf kann man aufbauen. Aber so geht's jetzt weiter. Um Gottes Willen. Das war was fürs Bessdorf. Ja. Das war's. Das war's. Vielen Dank. Oh, wir kriegen den Ball nicht aufs Tor hier. Weiter. Aber wir haben jetzt zumindest schon mal besseren Zugriff und dafür, komm, gib mal eine rote Karte. Shit. Gut, der Pass. Gut zugestellt. Oder richtig verkackt mit dem Zuspiel gerade. Ja. Ja. Ja, stark geblockt. Shit, ein Tick zu spät. Dann läuft der Verteidiger nicht weiter, der Verteidiger. Oh, das gibt's doch nicht. Das ist gut. Ja. 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 Das ist gut. Oh. Ja. 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 Ganz wichtig, ganz wichtig, dass Union jetzt früh trifft. 20 Minuten sind noch. Der kleine Tim sucht seine Eltern, er wartet am Eingang von Block C3. Wiederholung, der kleine Tim wartet am Eingang von Block C3. Was macht ihr denn da? Oh. Uiuiui, sehr gefährlich. Wir kriegen den Mann nicht angespielt. Hast du einen Rattul? Boil feast. Ja. Okay. Danke. Oh, Alter. Haben wir hier Chancen. Das muss der Ausgleich sein. Nochmal guter Einsatz hier. Oh, dann... Ich glaube es nicht. Der da oben läuft nicht weiter. Und dann will ich mit ihm laufen und dann wechselt er. Ist das bitte. Da war jetzt doch nochmal deutlich mehr für Union drin. Aber das wird der erste Sieg für Mucca. Schade, schade. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.